Hallo und herzlich willkommen Freunde hier wieder zum Adventskalender Türchen Nummer 7 diesmal. Wir stehen schon vor dem Tor mit anderen Leuten und warten geduldig darauf, wer das Türchen nun bekommt. Als Abbild über dem Tor sehen wir heute einfach mal zwei Zuckerstangen. Keine Angst, wir werden sie gleich auch noch in groß sehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen des Videos und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020